Torwart-Juwel Christian Früchte hofft darauf zukünftig eine sportliche Rolle beim deutschen Fußballmeister FC Bayern München spielen zu können. Ein ganz großer Traum ist es natürlich, in der Zukunft die Nummer 1 beim Rekordmeister zu sein, stellte das 18-jährige Top-Talent im Gespräch mit der U-Bild klar. Der Schlussmann weiß aber auch, wie wichtig auf seiner Position vor allem das Sammeln von Einsatzminuten und Spielpraxis ist, und kann sich daher auch einen zeitlich begrenzten Abschied aus München in Nahezukunft vorstellen, die 2. Liga wäre mein Ziel. Aber eine Ausleihe muss ich natürlich vorher ganz klar mit dem FC Bayern absprechen, so Früchte, der schon länger bei den Profis des Rekordmeisters mit reinieren darf. Auf einen ersten Bundesliga-Einsatz wartet der junge Torhüter allerdings noch. Guter Draht beim FC Bayern zu Neuer und Ulreich Früchte partizipiert nach eigener Aussage in hohem Maße von der alltäglichen Zusammenarbeit mit seinen Kollegen und Vorbildern Manuel Neuer und Sven Ulreich. Ich hole mir Karriere-Tipps von Manu und Ulle. Ich frage Sie, was Sie an meiner Stelle machen würden, bei Bayern bleiben oder sich ausleihen lassen? Sie sagen mir immer ehrlich Ihre Meinung, berichtete der U-Nationalspieler. Sein erster Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2020. Ob es schon im kommenden Sommer auf Leihbasis zu einem anderen Klub geht, steht derzeit noch nicht fest. Punkt. Momentan kommt Früchte vor allem in der Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern zum Einsatz. Punkt. Momentan kommt Früchte vor allem in der Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern-Mannschaft 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 des FC Bayerns.